Da nicht, da nicht. Ne, die habe ich nur hier unten, die Ziegelwerkstätten. Holz brauche ich nicht. Okay. Ja, Nahrung. Das leidige Thema. Das leidige Thema. Ich sitze hier gerade ein bisschen auf glühenden Kohlen, weil ich eigentlich will, dass die Sache jetzt sich endlich mal erledigt. Die Kaufleute werden immer weniger, aber die Aristokraten werden nicht so viele, wie ich sie haben möchte. Gerade ist ein Drittel Aristokraten und zwei Drittel Kaufleute. Das müsste flippen. Ich will gar nicht wirklich mehr Einwohner haben, ich will nur einfach mehr Aristokraten haben. Okay, aber das sieht so aus, als ob das klappen könnte. Wir können hier hinten, wie gesagt, wir können hier hinten sagen, wir reißen jetzt dich auch noch ab. Dann machen wir hier das nochmal so, dass wir da Kakao hinsetzen. Genau, und dann würde ich hier... Äh, auch mal Ziegel einkaufen. Äh, auch mal Ziegel einkaufen. Ziegel allerdings auch nur bis 18 Tonnen. So, und dann können wir hier nochmal kurz, ähm, Kakao hinsetzen. Ah, warte mal, der muss dort durchgehen. Gut, so ist besser. Und dann würde ich hier den Kakao-Farm sagen. Ach, die haben einen Overlap, ne? Ja, dann machen wir hier die Überlappung. Du, 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 du. Da war die Kakao-Farm. Aber die Ziegel kriege ich nicht. Schaut's mit der Auslastung aus, die ist okay. Bam, bam. Theoretisch kann ich aber dann trotzdem sagen, hier, Bergwerk, Geld ist ja nicht wirklich ein Problem. Wo ist er? Steinmetz. Also ich will dich nicht direkt dran haben. Einen weg. Und zack. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Steine hier dann nicht sinnlos raushauen. Na gut, auf der anderen Seite, wie gesagt. So dramatisch wäre es nicht. Kann man den Einkauf von den Ziegeln hier wieder löschen. Zu welchem Preis kaufe ich die? 105, okay. Gut, dann muss ich da auf jeden Fall einen Weg hinsetzen. Erstmal aus Pappe. So, schön. Können wir hier jetzt erstmal Kai-Straße sagen. 1, 2, 3. Ah. Es fehlt genau der eine. Wunderbar. Okay. Dann können wir jetzt den machen und dann geht es effizienter weiter. Auf der anderen Seite, eine hätte gereicht für egal. So, jetzt kriegen wir gleich wieder 5 und dann haben wir gleich wieder 8 und dann können wir gleich wieder loslegen. Mit dem Kakao. So. Wo ist denn der nächste? Wo haben wir denn noch? Da haben wir noch. Weil dann könnte man hier ja eigentlich auch mal eine Tabakmanufaktur hinbauen. Oder hier. Ah ne, da muss ich sein. Okay, das geht gerade nicht. Weil wir zu wenig Steine haben. Boah, der Mangel an Steinen bricht mir das Genick, glaube ich. Gut. Dann würde ich hier mal sagen, wir bauen jetzt eine Kakaofabrik. Also Kakaoplantage. Da wollte ich das aber so machen, dass wir da unten die Überschneidung haben. Und nicht so weit oben. Dann kann ich nämlich hier sagen, 1, 2 und hier geht es rüber. So, machen wir erst mal nur eine Straße. Perfekt. Und dann können wir den nochmal abreißen. Den will ich abreißen. Da kann gleich wieder Kakao hin. Dann haben wir wieder ein bisschen was getan, um das Unausweichliche ein bisschen hinaus zu zögern. Das Kakao-Desaster. Das Tabak-Desaster, das kommt noch. Aber dazu können wir ja wieder Tabak einkaufen. Wunderbar. Und das würde ich jetzt auch glatt machen. Einfach damit wir es haben. Und dann würde ich nochmal speichern unter Experiment. Ausgezeichnet. So. Jedenfalls bin ich froh, wenn diese Karte rum ist. Also ganz ehrlich. Dann haben wir es nämlich auch endlich mal geschafft. Wie gesagt. Privat habe ich das eigentlich immer so gemacht, dass ich das früher habe einfach laufen lassen. Und dann immer mal wieder kam und so. Da passieren eigentlich nicht so viele Dramata. Oder Dramen oder was auch immer. Lebensmittel ist auch noch in Ordnung. Gut. Das sollte ja auf jeden Fall klappen. Wie gesagt. Das einzige Problem, vor dem wir stehen, ist eben, dass uns irgendwann mal die Ressourcen ausgehen. Und dass in der Zeit, in der die Ressourcen ausgehen, es natürlich passieren kann, dass uns die... irgendwelche erforderlichen Handelsgüter ausgehen. Aber so wie es momentan aussieht, ist das nicht der Fall. Kakao macht mir Sorgen. Kakao habe ich gerade ein bisschen abgedämpft, glaube ich. Alles andere scheinen wir so halbwegs im Griff zu haben. Die Lebensmittel haben wir im Griff. Die Gewürze haben wir so ein bisschen im Griff. Den Tabak haben wir ein bisschen im Griff. Den Alkohol haben wir auf jeden Fall im Griff. Wir brauchen nur noch 200 Aristokraten. 207, um genau zu sein. Nö. Nicht mal mehr. Wir brauchen gerade noch mal 200 Aristokraten. Und wie gesagt, das Schlimme ist halt einfach, dass wir Dings brauchen. Aber ich kann da ja Schiffe schicken. So, ich kann ja dich nehmen und zu dir sagen, hey du, geh doch mal hier runter und sammel doch bitte ein Steine. Und dann lad doch bitte aus Steine. Und dann sagen wir Go. Genau. Und dann können wir eigentlich sagen hinterher, ja dann machen wir das gleiche, aber es ändert nichts. Weil die Steine müssen wir ja auch produzieren können. So. Wie gesagt, Kakao wird das Drama. Weil wir Kakao in dem Ausmaße gar nicht haben, wie wir ihn eigentlich gerne hätten. Also auch von der Anbaufläche her ja nicht. Ich meine, diese Karte ist eh ein bisschen suboptimal gebaut worden, aber... Sei es drum. Es dauert mir halt noch ein bisschen zu lange. Und ich hätte gern mehr Steine. So. Dann können wir eigentlich hier dich nehmen und bei dir sagen... Handelsroute. Hier. Okay. Das hat mir jetzt wieder einen kleinen Schrecken... Schrecken versetzt. Hä? Hä? Nein. Okay. Ich soll es vielleicht vernünftig machen. Ich soll vielleicht hier gehen und gucken, was ihr anbietet. Und irgendwelche Leute suchen, die halt Steine anbieten. Das ist meins. Das ist Alkohol. Alkohol. Die Biedensteine. So. Zack. Zack, zack. Ziegel. Zack, 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 zack. Zack. Und los geht's. Und nimm sie alle. Nimm einfach alles mit. So. Wir gehen hier oben nochmal gucken. Da ist Alkohol und Tabak. Und da sind auch Ziegel. Und wir haben auch schon gewonnen. Ja, wunderbar. Mann, 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 Mann. Okay, war dann also doch nicht so schlimm. Haben wir geschafft. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesitzung wieder. Wir können ja schon mal kurz ein bisschen pieken, was es denn sein wird. Das Bündnis. Schon wieder. Ein Bündnis mit dem gelben Konkurrenten kommt euch gerade sehr gelegen. Nach Auseinandersetzungen werden ihm Handelsabkommen verweigert und seine Schiffbauer verlassen bereits die Insel. Nun ist es an euch, den Bündnispartner zu unterstützen. Verhelft ihm zu einer Stadt mit 1000 Einwohnern, sorgt auch für eine eigene Stadt mit mindestens 1000 Einwohnern, von denen 250 den Stand Kaufleute erreichen. Ich dachte, die hätte ich schon gespielt. Oder war das das Monopol? Also das Bündnis kommt mir auch noch bekannt vor. Das habe ich wahrscheinlich auch noch gespielt. Ich habe das wahrscheinlich verwechselt mit das Monopol. Wie auch immer, in der nächsten Aufnahmesitzung spielen wir dann das Bündnis. Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch eine tolle Zeit. Cheerio mit O. Und man sieht sich oder so. Also dann. Ciao.